Moin, ich bin Kian und ohne dich ist alles doof, damit mein Unternehmen, die schon viele Jahre für eine bessere Zukunft einsetzen. Und ihr solltet sie jetzt kennenlernen. Viel Spaß! Hallo, ich bin Kian und ich begrüße euch zu meiner Interviewreihe Ohne dich ist alles doof. Okay, dann geht's zur ersten Frage. Wie heißt denn die Organisation und warum habt ihr den Namen bekommen? Also die Organisation heißt ProVeg International. Früher hieß das mal Vegetarierbund bis 2017. Und wofür sich unsere Organisation einsetzt, ist, dass auf der Welt weniger Tierprodukte konsumiert werden. Und daher kommt auch der Name ProVeg, also mehr in die Richtung vegane Ernährung. Genau. Ja, das ist ein schöner Name. Was gerne macht denn die Organisation? Ja, also wie ich gesagt habe, das Ziel der Organisation ist, dass der Tierkonsum auf der Welt reduziert wird. Es gibt da ganz viele Gründe für. Da hast du dich wahrscheinlich auch schon ein bisschen mit beschäftigt. Also hier im Hintergrund kann man das auch sehen. Nämlich für die Tiere. Also wenn wir auf der Welt weniger Tiere konsumieren, tun wir den Tieren natürlich was Gutes. Wir machen ganz viel für die Umwelt, weil der Tierkonsum viel mit Klimawandel zum Beispiel zu tun hat. Für unsere eigene Gesundheit auch. Also viele Menschen essen zu viel Fleisch. Das hat gesundheitliche Schwierigkeiten. Gerechtigkeit ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil das Produzieren von Fleisch verbraucht ganz viele Ressourcen. Und wenn mehr Menschen auf pflanzliche Alternativen zugreifen, können wir da sehr viel effizienter umgehen mit unseren Ressourcen, die ja begrenzt sind auf der Welt. Und für den Genuss. Ja, eine pflanzliche Ernährung ist super lecker, was viele nicht wissen, was man erstmal kennenlernen muss. Und da macht ProVeg also ganz viele verschiedene Projekte, Aktionen, um diese Themen zu verbreiten und die Menschen dahin zu bewegen. Genau. Ja, das finde ich toll. Und das mit vegan ist lecker. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Boah, ich liebe vegane Sachen. Wer bist du denn? Was ist deine Aufgabe in dieser Organisation? Ja, das habe ich mir gar nicht vorgestellt. Ich bin der Chris. Ich lebe seit etwa drei Jahren vegan und kenne ProVeg auch seit etwa dieser Zeit. Also ich bin vor 2017 zu ProVeg gestoßen, habe das auf dem veganen Sommerfest in Berlin kennengelernt. Das ist ein ganz tolles, großes Straßenfest, das da jedes Jahr stattfindet. Und seit ich bei ProVeg bin, bin ich hier auf den Messen und Veranstaltungen unterwegs. Ich repräsentiere die Organisation mit meinem Team. Wir suchen hier Unterstützerinnen, Unterstützer für das Ganze. Ich gebe Vorträge über die Projekte, über die Arbeit von ProVeg. Und als Team wollen wir einfach ganz viele Menschen da begeistern, sich da einzubringen. Ja, genau. Ja, okay. Was haben wir denn hier noch? Ach so. Welchen Vorteil bringt ihr denn unsere Umwelt? Welchen Vorteil? Ja, ich hatte ja im Prinzip gerade schon so die verschiedenen Gründe angesprochen, warum wir uns für das Thema einsetzen. Ja, und am Ende ist es halt ganz spannend zu sehen. Letztendlich ist es so, dass Konsumverhalten oder vor allem das Essverhalten des einzelnen Menschen, das ganz, ganz, ganz viel auf der Welt bewegen kann. Und wenn ich mich als Individuum also dazu entscheide, in die Richtung einer pflanzlichen Ernährung zu gehen oder mich komplett pflanzlich zu ernähren, dann tue ich einfach an so vielen Enden auf der Welt was Gutes, wie wir vorhin gesehen haben, also für die Umwelt, für die Tiere, für mich selber. Und das ist halt das Schöne an der Geschichte. Das ist kein Verzicht, sondern das ist eine Umstellung. Und mit der Umstellung gehen so viele positive Dinge hervor. Und das versuchen wir den Menschen eben zu vermitteln. Was sind denn bisher eure größten Erfolge? Die größten Erfolge? Okay, das ist eine sehr gute Frage. Sehr weitreichende Frage auch, weil ProVetge ist eine Organisation, die es schon ganz, ganz lange gibt. Ein ganz toller Erfolg ist zum Beispiel die Verbreitung von dem V-Label. Das kennst du wahrscheinlich aus dem Supermarkt, dieses gelbe Label, das so aussieht wie unser Logo, unser Vereinslogo. Womit wir halt den Menschen eine Hilfestellung geben wollen, sich pflanzlich zu ernähren. Dass man wirklich im Alltag da zurechtkommt und die Produkte findet. Und das hat sich halt wahnsinnig entwickelt. Es gibt fast 10.000 Produkte allein in Deutschland, die so gelabelt sind und es halt den Menschen einfach machen im Alltag. Das vegane Sommerfest, was ich vorhin angesprochen habe, ist auch ein ganz toller Erfolg. Das organisieren wir da schon seit vielen, vielen Jahren in Berlin jedes Jahr. Und da können halt Menschen, die da hingehen, einfach mal die vegane Ernährung kennenlernen. Also ganz viel Essen ausprobieren, Vorträge hören. Und ja, ich habe schon mit ganz vielen Menschen gesprochen, die durch den Besuch einer solchen Veranstaltung dann so einen Schritt weitergegangen sind oder sogar ganz vegan geworden sind. Und das ist eine echt schöne Geschichte. Und ganz aktuell noch, also ich will nicht allzu viel da erzählen über das Ganze, weil es gibt natürlich ganz viele Erfolge in der langen Zeit, die es ProVeg schon gibt. Aber eine Sache, die uns auch sehr stolz macht, ist, dass ProVeg seit diesem Jahr sogar im Weltklimarat vertreten ist. Das ist also die Institution, wo die Nationen der Welt alle zusammenkommen und zusammenschauen, wie können wir das Klima schützen, was können wir da tun. Und ProVeg ist eben seit diesem Jahr eben von der UN anerkannt und dort permanent Mitglied, dass wir da mitreden können und die Zusammenhänge aufzeigen können und dafür sorgen, dass das Thema wirklich da auch ernst genommen wird. Ja, und das Recht ist mit diesem, mit dem Zeichen, das gibt es ja auch Produkten, das kenne ich auch. Ja, das ist eine schöne Geschichte, dass mittlerweile wirklich jeder Mensch das kennt. Ja, aber es gibt auch manche Menschen, da sagen wir halt ja, wir nehmen nur das mit dem Zeichen und dann achtet man halt nicht so. Wir besorgen was für die und dann achtet man halt nur, dass das Zeichen manchmal da ist. Ich habe die Frage gerade nicht ganz verstanden. Es gibt ja Menschen, die achten nur darauf, dass das Zeichen da ist. Und darunter steht doch manchmal vegetarisch. Das kann auch passieren. Richtig, ja. Also es gibt auch dieses vegetarische Label. Genau, also es gibt auch das vegetarische Label, das auch von ProVeg vergeben wird. Das sieht dem veganen Label tatsächlich sehr ähnlich. Ja, und die Idee grundsätzlich war dann natürlich auch, dass eine vegetarische Ernährung für ganz viele Menschen ein Zwischenschritt ist zu einer veganen Ernährung. Ja, und am Ende als Organisation begrüßen wir auch wirklich jeden Schritt in die richtige Richtung. Ja, wenn Menschen erstmal ihren Konsum tierischer Produkte reduzieren, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn man ihn vegetarisch sich ernährt, was ich übrigens auch sehr lange gemacht habe, bevor ich mich vegan ernährt habe, ist das auch die richtige Richtung. Ja, und darum geht es wirklich, möglichst viele Menschen an Bord zu holen, die dabei zu unterstützen, diesen Weg zu gehen. Und auch das vegetarische Label hat da die Rolle, also eine wichtige Rolle. Und mittlerweile ist es tatsächlich aber so, dass wir hauptsächlich vegane Produkte labeln, weil natürlich auch immer mehr Menschen sich pflanzlich ernähren und mehr so vegane Produkte gesucht werden. Genau. Ja. Was soll ich eigentlich sagen? Das sind so gute Antworten. Okay. Okay. Wie erklärt es mir und anderen Kindern Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit. Ja, also Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir auf eine Art und Weise leben, dass man ressourcenschonend ist in seinem Konsumverhalten und möglichst wenig verbraucht. Und das kann man auf ein Individuum bezogen sehen, als einzelner Mensch. Wie kann ich leben? Wie kann ich mich ernähren? Was kann ich kaufen an Produkten, dass ich möglichst wenig verschwende? Oder auch für die Gesellschaft als Ganzes? Ja. Und so ein schönes Beispiel dafür, was eben auch der Schwerpunkt von ProVedge ist, ist die Ernährung. Weil ich habe es vorhin schon angesprochen, wenn wir Fleisch produzieren zum Beispiel, werden dafür sehr, sehr viele Ressourcen gebraucht. Weil die Tiere brauchen eine Fläche zum Leben. Es muss Futter angebaut werden für die Tiere. Und am Ende ist das so, dass wir da sehr, sehr viel reinstecken an Ressourcen und sehr wenig aber rausbekommen. Und das ist in dem Sinne nicht nachhaltig, weil es ist eine Verschwendung von Nahrungsressourcen. Und da versuchen wir sozusagen auch als Organisation den Menschen das bewusst zu machen, dass eine pflanzliche Ernährung eben auch dazu beiträgt, dass wir sehr viel weniger Ressourcen verbrauchen. Aber man kann auch in ganz vielen anderen Bereichen nachhaltig leben. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass man keine neuen Produkte kauft, sondern gebrauchte Produkte. Ja, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Secondhand-Läden bei Kleidung zum Beispiel oder Internetplattformen, wo man Gegenstände kaufen kann, die jemand anderes nicht mehr braucht. Minimalismus ist auch eine schöne Art und Weise. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber das ist eine Lebensweise, wo man einfach grundsätzlich versucht, nicht das zu kaufen oder zu benutzen, was man nicht wirklich braucht. Also mit möglichst wenig auszukommen. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich da ganz stark dahinter bin. Und ja, das Schöne ist, glaube ich, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, auf verschiedene Art sich nachhaltig zu verhalten oder zu leben. Und die Ernährung ist wahrscheinlich so der größte Hebel, den wir haben. Weil das ist eine Entscheidung, die wir eigentlich jeden Tag treffen. Was esse ich? Morgens, mittags, abends, dreimal sogar. Und wo wir einfach ganz, ganz viel Einfluss nehmen. So. Wie können wir denn als Familie nachhaltiger leben? Ja, also ich habe ja eure Familie schon kennengelernt und ihr seid da ja schon sehr, sehr, sehr gut informiert, macht schon eine ganze Menge. Das heißt zum Beispiel durch die Ernährung. Ich glaube persönlich immer, das ist eigentlich so der größte Hebel, den wir haben als Individuum auch. Nachhaltig zu leben, dass wir uns möglichst pflanzlich ernähren. Und aber eben auch diese anderen Dinge, die ich angesprochen habe. Was kaufe ich an Produkten? Kann ich Produkte gebraucht kaufen? Auch möglichst wenig Lebensmittel wegzuschmeißen. Das ist auch ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft, dass Menschen manchmal zu viel Essen kaufen und ganz viel davon wegschmeißen. Da auch bewusst zu werden. Und ja, das kann man natürlich als Familie oder als Individuum alles in die Hand nehmen. Und ich glaube auch auf so einer Messe wie der Virginale ist halt auch eine Chance, da ein bisschen was Neues kennenzulernen oder eine Inspiration zu finden. Wie könnt ihr in eurer Arbeit unterstützt werden? Also da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, man kann wirklich aktiv werden. Wir haben so Regionalgruppen überall in Deutschland, die Infostände zum Beispiel machen oder Verkostungen von veganem Essen in der Öffentlichkeit, Aufklärungsarbeit machen. Da kann man sich anschließen. Also wer das möchte, auf der ProVeg-Website aktiv werden, anklicken und da sieht man die ganzen Möglichkeiten. Ansonsten, die Grundlage der Arbeit sind all die Menschen, die uns unterstützen als Mitglied. Das bedeutet, als Mitglied von ProVeg unterstützt man mit einem regelmäßigen Spendenbeitrag. So können die ganzen Projekte umgesetzt werden. Und aber auch mit seiner Stimme positioniert man sich für die Organisation. Also wenn ProVeg zum Beispiel politische Arbeit macht, ist es da immer auch ganz wichtig, zeigen zu können, dass viele Menschen hinter dem Anliegen sind. Und als Mitglied von ProVeg wie deine Eltern unterstützt man da an beiden Enden. Genau. Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft? Wie bitte? Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Was wir uns für die Zukunft wünschen? Ja, da gibt es ganz, ganz viele Wünsche. In erster Linie glaube ich wirklich, dass möglichst viele Menschen bewusst sich mit diesem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Mit ihrer eigenen Ernährung beschäftigen. Wenn man jetzt zum Beispiel über die pflanzliche Ernährung nachdenkt. Die meisten Menschen, die sich nicht pflanzlich ernähren, machen das ja nicht aus einem Reflexionsprozess heraus, sondern machen das schon immer. Ja, machen das aus Gewohnheit. Und da ist der Wunsch einfach, dass die Menschen dafür offen sind, sich informieren, schauen, wie kann ich mehr in diese Richtung gehen, mich pflanzlicher zu ernähren. Und eben auch in all die anderen, in den anderen Aspekten nachhaltiger zu leben. Und deswegen finde ich persönlich auch so Messen richtig toll. Also ich bin wirklich auch so ziemlich jeder Veggie-Messe zu finden. Ist ja auch meine Aufgabe bei ProVeg, aber auch privat finde ich das toll. Weil man hier wirklich auch ganz viele Gleichgesinnte findet und auch ganz viel Inspiration, wie man eben selbst auch im Alltag da noch ein bisschen nachhaltiger und positiver leben kann. Und genau, das wünsche ich mir für die Zukunft. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Ja, vielen Dank für das tolle Interview und ich freue mich, das auf YouTube zu sehen. Und wenn dir das Interview gefallen hat, dann abonnier gerne diesen Kanal und gib mir einen Daumen hoch. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.